Was gibt das Low eigentlich? Was? Drei von den. Low, Mid, von diesem Mama, Katze mit Punch. Da gibt es drei Stück von. Mit Low Kick geht er unten, mit Mid Kick oder Punch, weiß ich gar nicht. Das andere ist ein Antiher. Je nachdem welches Stands du hast, ändert er seine Move, wie bei Gen. Vega ist so komisch geworden, ne? Du kannst den Call auch einfahren, ne? Tadoken Punch, glaube ich. Tatsu Punch. Vega ist interessant, auf jeden Fall. Ja, das Spiel ist geil. 100. Tafel zu, mein Schiff. Du darfst nicht drauf, Alter. So. Okay. Tony. Ist DREAMer? Haa! Ich würde auch den Weg kommen. K.O. Es ist schiff. Danke. K.O. Naja. Er hat einen Ratschen. Er ist schiff. Er hat einen Ratschen. Er hat einen Ratschen. Das war's für heute. Vielen Dank. 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 Kick. Vielen Dank.